Was war denn das? Was war was? Das klang ab wie ein ziemlich krankes Geräusch, also... Wie ein ganz abgeranzter Voice-Chat Ich hab jetzt keine ungewöhnlich abgeranzten Geräusche gehört, grad, glaub ich Oh, wir dürfen verteidigen zuerst, dass ich das noch erleben darf Premium Ich hab grad das Premium-DLC gekauft, weißt du, deswegen... Die Frage ist, welchen Raum nehmen wir zuerst? Ja, ich würd' sagen, Kackraum und Spielzimmer, oder? Bar und Spielzimmer Ach stimmt, aber wir sind immer im Kackraum, deswegen ist es der Kackraum und Spielzimmer Ja, trotzdem Bar und Spielzimmer Ich will das aber nicht! Was, du willst, spielt keine Rolle Das interessiert niemanden auf dieser Welt Ohhhh Guck mal, Leute, mit Hirn Was nehmen wir jetzt? Qual der Wahl Naja, Clash halt, ne? Ach, das Quartett wieder voll Hätt' ich unbedingt, derzeit ist dieser Blackbeard Ach, richtig Warum? Weiß ich nicht Weiß ich nicht War da Geiles? Vor allem ist es mittlerweile die zweite Season, in der immer die gleichen Operator gebannt werden Denkt da Ubisoft wirklich drüber nach, oder tun die nur so? Weder noch Wir tun nicht mal so, als würden sie drüber nachdenken Das kann natürlich sein Ähm, are you super? Was? Sind wir super? Ja, wir sind super Ich glaub, schon gehen wir nicht lang Are you super? Hab ich verstanden Irgend so was in der Art hat er gesagt, ja Ja, wir sind super, danke, dass es anerkennt Ich mein, hey Woher weiß der das schon? Kennen wir unsere Videos Na ehrlich, ich glaube auch Ist aber auch erstaunlich, wie wenige Leute sich diesen Raum hier zutrauen, ne? Sind Spot Aber wenn oben der Kackraum fällt, wird's echt haarig Ja Wahrscheinlich wollte der feine Herr sofort in ne, in ne, äh In die scheiß Küche oder so, oder im Keller oder all diese Kackspots da Ja Die Bomben schützen Da spiel ich vorhin einmal Active Bandit und was passiert? Die greifen nicht das Tor an Na sowas wird doch wieder Passive Bandit Ja Bruder, kannst du die Luke im Kackraum aufmachen? Dann verspeich ich mit ne Granate Müssen wir hier noch meine Müssen wir meine Fallen hier nicht hinlegen wegen den scheiß Hologen Oh, ey, wieso treffest du die verkackte? Äh, dann hol ich's wieder weg Ah ja, klingt hier blöd Komm ich kurz weg Es bleiben 10 Sekunden Ich muss hier noch auf den Fallen hinlegen, weil ich hab kaum noch Zeit Fünf Sekunden noch Ich spiele meinen Joker Der Gegner Macht euch Angriffsbereit Kannst wieder eins hinlegen jetzt, aber Ich muss halt immer erst die Dinger hinlegen Oh fuck, oh fuck, 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 fuck Ich decke hier weiter und überlasse ich dir das auf Seiten passiert, ne? Blitz hab ich Weg Weg Schmeiß mal Kurz mal ne Legion Falle runter Ich meine eine Frostes Falle, da ist weg, warum? Äh, die hat einer weggeschossen vorhin am Fenster, der Kamerabettelt sich da glaub ich draußen Na, solange die das aufhalten kann Da liegt die Legion Falle direkt auf der Leiterspitze Wenn einer hochklettert, krieg ich sie direkt in den Kopf Wird er hier oben getötet? Ja Ist ja beruhigend Da ist einer bei A Scheiße, Ash ist vorne im Kaminzimmer Mist, zu viel hab ich leider nicht gekriegt Fünfzehn Sekunden noch Zehn Sekunden übrig Der plantet bei A A, A wird geplantet Planting Ach, scheiße, das ist B Ich hab mir doch 2 A Der Sound in der Kamera ist schweiße Nur noch ein Gegner übrig Wechselmagazine Such du hier, ich so hinten Äh, hä? Die sind weg, die sind entschärft, die sind weg Entschärfen Wir haben die Bender Diffuser gesucht Ach so Alter, ich bin hier vorbeigelaufen Wieso hat er das Ding nicht markiert? Ich bin hier in den Frio gelaufen Ich bin hier durchgelaufen Dahin Das hätte er auch markieren müssen Eigentlich schon, ne? Boah, das haben wir da oben aber Gott sei Dank gut halten können am Ende noch Auch wenn es kritisch wurde Ja Ich wurde vorher schon so übelst am Anfang schon weggenommen Auf 32 runter, deswegen hat er echt mich auch bekommen Das hätte ich echt gehabt, ey, Dreck Watt, EG Küche? Du kannst mich am Arsch lecken, mein Freund Küche? Ne Wir leben net Oben? Oder echt Keller? Ich weiß nicht Oben ist auch nicht so geil, ne? Das ist auch scheiße Das ist alles Kacke Dann hol ich aber K.I., ey Glaube ich, oder? Operator? 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 Ich weiß doch nicht Ich weiß gar nicht, ob der eine sich beschwert hat Hat doch gut funktioniert Mhm Beschweren sich immer und dann gewinnen was Und ich denk noch so, fuck Wo ist der denn hier? Ich find keinen, der plantet Ich bin fast ausgeflippt Die Wand wurde befestigt Gerät ist platziert Kamera in der Position Das Gerät ist position Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Im Angriff bereit Fitscht vorne hier Neue Kameraübertragung läuft Ich hab schon einen weggeholt Hier vorne Ich hab's nicht Ich hab's nicht Zehn Sekunden noch Gerät wurde platziert Nur noch 5 Sekunden Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert Macht euch angriffsbereit Nein, vorwarte Danke Muss ich aber von hinten Lade nach Geh weiter weg, sonst kommt die Schocktronne Die kam eben schon Und hat mir die Dings weggeholt Kannst du mich von hinten decken? Kannst du mich von hinten decken? Kannst du mich von hinten decken? Oder zumachen Da hinten zumindest Den Flügel habe ich zugemacht Wurde eben auch Ah, so zugemacht Okay, gut Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Äh, was? Nöck 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 kam von hinten durch den Weinkeller Ist da kein Schwein drin? Kein Mein Keller ist keiner, nein Nöck, hat mich weggeholt von hinten Nöck, hat mich weggeholt von hinten Hier konntest du dort durchlaufen Äh, das ist aber auch scheiße Äh, was? Die Bahner ist auch schon drin Ja Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt Ja, ganz toll Alter Was sind denn die Affen alle, ey? Ja Ja, äh Cavera und Valkyrie waren ganz oben Ich habe die Treppe in die Haupthalle bewacht Alter, die sind unten drin Okay, das war scheiße Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert Zerstört ihn Mission gescheitert Was war das? Okay Anstatt er einfach von hinten rein geht, ne Dann läuft er und springt in eine Halle rein, wo noch vier Feinde leben Und er keine Ahnung hat, wo wer ist Und springt in ein unbekanntes Gebiet rein, ne? Ja Ich meine, das ist auch dumm Ich habe auch jetzt bei der Pro League ganz oft gesehen, dass die Leute Nachladend in Gänge gehen, in die sie noch nie vorher reingeguckt haben Jetzt musst du schon wieder Bandit holen, ey, das ist doch scheiße Muss umkämpft, was ist denn da los? Was habt ihr denn geholt? Ich habe den, ähm Gezindert Genau den Na super, dann hätte ich mich, äh, Bandit geholt Hab ich gut überholt Tja Zu spät Ich hole das unten im, äh, Keller wieder Ja Ja, weiß nicht, zweimal der gleiche Spot ist jetzt auch nicht so geil Könnt ihr mal die Wand aufmachen? Wer hat denn da zugemacht, ey Die eine Seite ist schon wichtig, aber die andere nicht Weil der Grüne legt sich mal dahin Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert, macht euch Angriffs bereit Barrikade sicher Lade nach Alter, die schießen nicht schon durch, ey, die Menschen Guna, bist du raus? Guna? Guna? Guna ist weg Guna? Ne, er redet, er redet Ich sehe deine Lampe aufleuchten, aber, äh, wir hören dich nicht Weil unten kam gerade, äh, dass du neu angefangen hast, Dings zu spielen Weg der sich denn? Wo ist er denn? Ja, ja, tut er, tut er Er redet auch bei Discord, ich höre ihn Alter! Schlafzimmer ist nöck Master Bedroom nöck Die nöck, ich weiß ja nicht, ey Planting Master Bedroom Planting Takt zum Ziel Erster Stock Ach, Mann, ey, was ist das hier denn? Wurmtrain hier im Scheißspiel, ey Wurmtrain hier im Scheißspiel, ey Was macht denn die Valkyrie da unten? Wie, kommt sich geil vor, keine Ahnung Einer ist auf dem Gang links von der Guna, hab ich vorhin gesehen Sehr gut Ey, wir hören dich immer noch nicht, also müsstest du mal, äh, vielleicht einmal Dings neu starten Mann, ey, die Runde hier ist echt der Wurm drin, bei mir läuft gar nichts, ey Ich glaub, der Guna hört uns auch nicht Weiß es nicht Der kriegt nämlich hier auch nicht mit Ich hab nur gesagt, mach mal neu Warte mal Ich schreib ihm einmal eben schnell Ah, jetzt hat er's gesehen Schnell Operator, Operator, Guna Operator, schnell Es steht immer noch nix Ne, ich hör noch nicht Was ist da jetzt los? Hätte sogar Discord ganz neu gestattet Guna, du hast bei mir auch kein Mikrofon, steht bei mir im Voice Chat Aber es kann jetzt auch sein, dass es ein Disconnect hat, das ist so ein Mini Keller ist es nicht Ich glaub Küche Ja Ja, Küche Corona hat eine Bombe lokalisiert Die gehen mir alle so im Sack mit ihrem Scheiß Küche, ne Einsatz in 10 Sekunden Einsatz in 5 Sekunden Bombe gefunden Bombe gefunden, gelang zu ihrer Und erschärft sie Na, Tito Ja Wann hingeschossen Bombe wurde lokalisiert Entschärfung einleiten Nieschen ist schonmal tot Nieschen ist schonmal tot Ich drohn mal hier rein Oben? Wird das Fenster aufgemacht, oder was? Oben ist einer von uns Okay Aber hier ist Goyo, der ist hier im Objective Raum Okay Wo? Äh, auf dem Ping, auf dem Ping, ja Vielleicht gibt er seinem scheiß Schild hier, aber den kriegen wir jetzt leider nicht weg Okay Jetzt ist er weg Hä, wo ist er denn? Ne, jetzt liegt er da Natürlich Wo? Ist er noch da drin? Äh, Smoke ist direkt zwischen den beiden Bomben, ja Smoke ist im, äh, ist im Objective Raum, ja auf jeden Fall, ich hab ihn grad laufen sehen Ja, ich hab ihn zu spät gesehen Können sie uns kriegen können Kitchen Smoking Kitchen Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich Uh Nice Oh Okay, denken sie auf die selbstverliebt sind in die, dass sie überhaupt Voice Chat, äh, muss ich gegenseitig zustimmen hier So Zwei hab ich gekriegt, den Legion, der lacht da nämlich, äh, direkt unter dem Drohnenloch, wo du erst die Klemmer hinstellen wolltest Mhm Warte mal, ich versuch mal was Oh Na, hörst du uns wieder? Ich glaube nicht, Tim Oh, da war mal was Ganz abgehackt Ja, das war ich jetzt glaube ich gerade Oh, da sind sie wieder Ah, da ist er Guck mal Guck mal Wo warst du? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, Discord hat irgendwie gemeint keine Route zum Das hatte Finny gestern Das hatte Finny gestern Das hatte Finny gestern, dann, 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 dann ist da wieder irgendwas im Argen Wir müssen eine Bombe aufspüren Aber wir haben es ja trotzdem gewonnen Wir kennen uns so gut, wir brauchen gar nicht kommunizieren Ja Oh, das könnte Keller sein, ich bin mir nicht sicher Ja Drohne hat eine Bombe lokalisiert Die haben Mute, Mute ist kein Problem Und die haben Kaid, Kaid ist auch kein Problem, glaube ich Also ich habe extra Thatcher geholt Ich kann doch durchs Loch reinblenden, vielleicht kann das ein bisschen Kümmer, keine Granate, oder? Oder hat Thermite Granaten? Nein Gelangst zu der Bombe und entschafft sie, haltet nach anderen Ausschau Kavera ist aber weggelaufen, Vorsicht Ist einmal gemutet Ich bewache mal hier die Fenster ein bisschen Oliver, kommst du auch hier runter? Ja, ich stelle nur eine Clamer hier oben hin Und, ist geblockt? Ja, ja, ist gemutet Äh, zwei aktive Verteidigungssysteme Da müsst ihr doch schon früher aufstehen, Leute Für die großen Knallen Ich stelle mal schnell, dass wir die an den Durchgang Als ob sie da lang laufen, ey Alter Der ist rechts um die Ecke, den habe ich nicht gesehen Ich hatte hinten einen Durchgang, nur rechts um die Ecke konnte ich nicht abdecken, sorry Das ging nicht Ja, aber der Thermite ist doch da Hm, ne, wir stehen alle hier links Da konnten wir nicht hingucken, darüber Dass der von lang kam Ich bin schon mal eingedrohnt In dem Zwischenraum ist der im Ja, ja, ja Da ist keiner, an der Treppe nach oben ist auch keiner Das konnte ich dich abdecken Das ging nicht Aber Myra ist dann noch da hinten, oder nicht? Ja, ja Ja Ja, den habe ich Den habe ich Aber hinten, Myra hat mich weggeholt Hier ist Cavera Cavera ist draußen Da vor an der Tür Guck wieder in den Raum, Gunnar Guck wieder in den Raum Ich weiß nicht genau, wo die jetzt ist Cavera war da hinten, also die hat noch nicht aufgemacht Oh, das war meine Claimer oben Cavera ist rechts im Raum Im kleinen Räumchen, wo für ihn der andere war Sehr gut Alter Ja Oh, haben wir geschafft Haben gewonnen So schön Easy So Ist ja noch oben an der Tür Schön in meine Claimer reingelaufen Die ich am Anfang aufgestellt habe, siehst Ja Ja Oh, noch im zweiten Platz Ey, weil ich dann Drei Kills geholt habe Schein gehabt Gold 2 Oh, Gold 1 Äh, Gold 3 Ja, also Ich krieg keinen Rang Connection required, sagte Ah nicht, das ist doch wieder jetzt so ein Router-Scheiß-Problem war oder so Wobei das Spiel lief ja sauber weiter, also irgendwie, ich weiß nicht Aber irgendwie scheint der Ubisoft klein So, ich spiel jetzt noch raus Ich hör jetzt auch auf Die Weeklys funktionieren Ja, du findest dann hier auch Die zwei Runden müssen wir aufhören, ne? Ja, war gut War super, kann ich nicht sagen War echt gut gespielt, ja Grad die erste fand Also die erste war von meiner Sicht Die hier war jetzt Glück, dass ich in den letzten Runden noch ein bisschen was geleistet habe Vorher war nix Ja, aber weil es 4-1 gewonnen oder was anderes soll ich jetzt sagen Die eigentlich 4-0 Und jetzt 4-1 Komm, ist doch gut Das war schon Anständig von uns, aber